Das soll auch cool sein, aber es ist ansatzfrei, weil es ist überhaupt nicht fest. Hier drin ist das Bild. Ho! Ah! Okay, Chat, schaut es euch nochmal an. Da ist es. Scheiß Set, no joke, Rotze, macht überhaupt keinen Bock gemacht. Kommt wieder in den Karton, kommt auch nirgends hin, wird zurückgeschickt, Amazon. Hat mir nicht gefallen, Produkt war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Alles rein da jetzt wieder. Stand für 10 Sekunden, wirklich, das hat keinen Spaß gemacht. Ich frage Tracy, ob man das noch reklamieren kann. Zurückschicken. Jetzt hat er... ... ... ... Vielen Dank.